Ja, sie wollen, dass ich's alle höre. Ah, ich bin ja stolz auf, stolz auf meine Runde. So, da sind wir wieder bei OptiCast, ne? Wie lange ist er jetzt hier? Ich glaube zwei Wochen, ne? Ich glaube zwei oder drei Wochen. Moin, hallo. Moin. Moin. Ja, da ist das gute Schätzchen. Warmlaufen haben wir ihn schon, aber Lüfter geht nicht. Das ist jetzt ein bisschen das Problem. Die Abstimmung ist jetzt noch nicht ganz fertig, ne? Ich hab auch gesagt, macht ruhig, immer wenn ihr mal Luft habt, mal Zeit habt. Ich hoffe, so habt ihr das auch gemacht. Ja. Habt ihr euch nicht gestresst, ne? Okay. Gut, immer wenn ihr mal Luft habt, mal Zeit habt, dann da rangehen. Leistung wollen wir jetzt einmal kurz auf dem Prüfstand messen. Dass der Lüfter nicht geht, ist natürlich jetzt nicht so schön. Der ging sonst auch immer, beziehungsweise als ihr ihn bekommen habt, nicht, weil ich den Lüfterstecker abgezogen hab, weil er die ganze Zeit gelaufen ist. Also das heißt, irgendwas ist da im Argen. Ich muss den jetzt einmal hier rausziehen. Ist hier relativ fliegend alles verbaut. Deswegen geht das auch ganz einfach. So. Zack. Da ist, oh, da ist nur ein Kabelbinder, ne? Hab hier noch einen kleinen Knipsi hier? Kannst du den hier vorne klicken? Ach so. Ah, ja. Ah, schön. Ne, gut. So. Dann einmal Haubenentriegelung hier auf den Kompressor klemmen, ganz wichtig. Und dann kann man, ach so, wir brauchen einen Torx T30 2. Gut. Das hab ich vergessen, ne? Also zwei Schrauben muss man schon lösen, um den Lüfter rauszukriegen. Ich hab den Sound auf jeden Fall vermisst. Habt ihr ja eben schon gehört. Fächer, Krümmer, 200 Zellen, Katz, Kompressorumbau für die, die jetzt hier irgendwie neu auf den Kanal gekommen sind, durch den RS7. Das Schätzchen hab ich aus, ja, deutscher Hand gekauft, ohne Papiere, aus Katar importiert, ursprünglich. Ich dachte mal, es ist Dubai, aber es war gar nicht Dubai, hat mir dann der Importeur gesagt. Genau. Gebrauchten Motor eingebaut, gebrauchten Kompressor drauf. Ja, es kann für einen Abstimmer und Tuner nichts Schöneres geben. Oder, Maxi? Ja. Ja, ne? Das stimmt. Ist klasse. Optikars macht hier hauptsächlich Audi. Software, Hardware, eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Optikars habe ich euch verlinkt in der Beschreibung. Und, ja, aber auch Mercedes. Mercedes macht hier auch. So, jetzt können wir hier schon live schrauben. Eigentlich muss das... Geht das? Ach, hier unten noch. Oh nein. Es sind doch sechs Schrauben. Es tut mir so leid. Das ist hier Tuning, ne? Das ist Tuning. Es ist liebevolles Gebastel. Ich hab halt mehr Wert gelegt auf die Technik eigentlich, dass das läuft. Und nicht so auf die Optik. Optisch ist das wirklich kein Leckerbissen. Ich weiß nicht, Lackfloh, hast du nochmal Bock hier Hand anzulegen? Ein paar Radläufe zu machen. Bisschen Spachtel hier entfernen. Hier ist er schon mal ein bisschen gekugelt. Hat einen kleinen Überschlag gemacht. Weiß ich auch nicht. Hier sind zwei Millimeter Spachtel drauf. Und ich hab auch nicht ganz bedacht, bei dem Kompressorumbau, dass man hinten hier auch Grip braucht. Und hier haben wir wunderschöne 2,35er, 19 Ziller drauf. Ich hab schon gehört, dass bis in den dritten Gang soll der irgendwie durchdrehen, hab ich gehört. Bringt Spaß zu fahren, ne? Macht Spaß. So, jetzt können wir den eigentlich... So, ist der Stecker schon ab? Nee, ne? Kommst du ab? Ah, mit deinem Pullover. Oh nee. Arbeitspullover. Nee, das ist kein Arbeitspullover. Ist ab. So, jetzt haben wir das gute Ding rausgeholt und wollen ihn einmal ansteuern, um zu gucken, ob der E-Motor irgendwie kaputt ist oder die, was hast du gesagt, Endstufe, ne? Ja. Nehmt ihr nochmal YouTuber an, so, die sowas fabrizieren? Nee, ne? Habt ihr euch gesagt, ne? Nach dem Ding ist echt Feierabend, ne? Kann ich aber auch verstehen. RS7, habt ihr da Bock drauf? Ja. Ich glaube, das ist das einzige Auto, was mal wirklich so vernünftig ist am Ende, ne? Ja, aber ich hab dann auch rumgefickelt, ne? Dann einen Motor reingesetzt und so. Wenn ich mal einen finde... Immer so mit 4G kennen wir uns ja eigentlich aus, ne? Wir haben ja ein paar Motoren hier stehen, beziehungsweise ein paar Autos. Echt? Habt ihr noch einen Motor für mich? Ebenfalls kaputt. Stimmt, zwei Motorschäden habt ihr hier, ne? Gut. Tschüss. Aber nicht in den Intilator. Nö. Ich wollte meine Finger noch da halten. So, da ist was. Hast du dran? Nö. Ist tot. Ist tot? Ja. Jetzt echt? Ja. Kann natürlich sein, dass er das auch über Steuerleitungen macht. Aber wenn du direkt plus minus rangehst, passiert auch nichts mehr. Dann hätten wir es auch geklärt. Dann müssen wir uns, glaube ich, auf Einlauf beschränken, ne? Ja, Einlauf abkühlen, ne? Einlauf abkühlen, Einlauf. Aber ihr habt ja noch einen kleinen Lüfter da, ne? Habe ich gesehen. Ja, ja, genau. Das ist für die Strömung plus 10 PS. Sag ich so schon. So, jetzt geht's los, 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 los. Alle einsteigen. Prüfstandsmodus ist auch aktiviert. Wenn man jetzt hier Zündung einmal anmacht, seht ihr, dass ESP off ist. Und ja, da leuchtet auch das magische Dreieck. So, für alle Besserwisser, der Motor ist bereits warm gelaufen. Das heißt, das Öl und das Wasser hat bereits Temperatur. Ich bin jetzt mal echt gespannt, was das Ding an Leistung machen wird. Thema Prüfstand, der ist gerade vor, ich glaube, einem Monat neu gekommen. Das ist der Hersteller Maha, ne? Für alle Tuning-Begeisterten hier auf diesem wunderschönen Performance-Kanal. Da steht dann irgendwann die Leistung. Hast Bock, ne? Willst einmal reintreten in die Bude? Gut, ja. Dann hoffen wir mal nicht, dass er explodiert. Aber macht er einen soliden Eindruck so? Also von der Technik? Ja, das schon. Bis auf das Lenkungsklattern bei 200 und die Förderwelle integriert. Ja, ganz kurze Werbeunterbrechung an dieser Stelle. Dieses Video wird unterstützt von Jackery. Dem einen oder anderen ist das noch ein Begriff. Hat uns in der Türkei auch das ein oder andere Mal den Allerwertesten gerettet. Oh Mann, Stromausfall. Hobek, was machen wir da? Ach, dann mache ich doch gleich mal die Jackery. Oh, jetzt haben wir wenigstens Licht. Danke, Jackery. Schön. Jackery bietet nämlich solche Batterieboxen an und auch Solarpanels, mit denen man diese Batterien laden kann. Das wird hier in der Halle hauptsächlich zum Handyladen genutzt. Auch wenn das Ding eigentlich viel mehr noch kann. Und zwar haben wir hier Schnellladefunktionen USB-C. Das Handy anstecken. Dann sieht man auch, wenn man hier rauf geht, gleich wie viel hier gezogen wird an Strom. 36% hat das Ding noch. 12 Watt gibt es jetzt gerade ans Handy raus. Oh, geile Karre. So, dann haben wir natürlich hier noch 230 Volt zweimal. Wir haben hier ein Licht, was uns in der Türkei auch einmal zu Hilfe kam. Kann man hier auch mal anmachen. Ja, super schön. Man kann die Box natürlich auch ganz gewöhnlich hier über 230 Volt Hausanschluss aufladen. Insgesamt hat das gute Ding 1000 Wattstunden. Das heißt, selbst eine Flex bis 1000 Watt könnte man dort anschließen und eine Stunde lang rumflexen. Geil, oder? Passend zum Black Friday bzw. Cyber Monday und was es nicht alles gibt, hat Jackery auch eine Aktion am Laufen. Da könnt ihr bis zu 30% sparen. Bis einschließlich zum 28.11. Also beeilt euch. Ist glaube ich schon morgen. Also geht gerne unten in die Beschreibung einmal auf den Link. Und vielleicht wird da der ein oder andere fündig. Gerade zu Weihnachten ist das eine ganz geile Geschenkidee, finde ich. Weiter geht's mit dem Video. Danke an Jackery für das Sponsor des Videos. Alter Schwede. Gott ey. Und gar nicht hintreten, Eiko. Ich bin jetzt echt gespannt, wie ein Bett lagen, ey. Ob wie der klingt. Ob man vom Kompressor vorne ein bisschen was hört. Oder ob der Ausruf einem vielleicht die Ohrmuschel zerstört. Ich glaube auch ihr habt schon länger darauf gewartet. Ich glaube auch ihr habt schon länger darauf gewartet. Noch kurz ein Burger gemampft. Und jetzt gucken wir uns mal die Leistung an. Er ist allerdings nicht ganz ausgedreht. Weil sobald man den manuell von unten raus beschleunigt, geht dann irgendein Regelschutz. Ich weiß nicht ganz. Da müssen wir noch einmal kurz das besprechen. Da sehen wir am Motor 648 PS. Normiert sind 636. Fragt mich jetzt nicht, was ich da, was jetzt die offizielle Leistung. Also sagen wir 648 PS. Allerdings seht ihr das bei, wo steht es? Ja, lesen wir einfach hier ab. Bei knapp 5600 Umdrehungen. Ihr seht die Kurve, die rote, die geht immer noch weiter nach oben. Das heißt, wenn man ihn jetzt ausdreht. Das wollen wir jetzt auf der Straße machen. Gleichzeitig noch locken und alles mögliche machen. Ich bin gespannt. Aber der Motor dreht ja bis, lasst mich nicht lügen. Ich glaube 7400. Ich denke mal, da kommt noch was. Fast schon wieder vergessen, wie er als Sauger gefahren ist. Das war eigentlich schon geil. Also der hatte ja schon 520 PS Sauger. Was auch schon sehr stark ist. Aber jetzt mit Kompressor. Gerade das Drehmoment, das knallt glaube ich schon mal ganz anders. Mit einem leichten, also relativ leichten Auto. Ich habe hier hinten gerade einmal reingeguckt. Ein bisschen Pfand habe ich den Jungs auch noch da gelassen. Das letzte Frühstück. Ein paar Kontoauszüge und Carbonfolie. Gott ey. Hören wir den YouTuber kann nicht arbeiten. Das sieht am Namen. Sagt der Dennis auch das eine Mal. Ich bin gefahren. Warum? Das liegt am Namen. Ein Auto sieht immer genauso. Heißt du eigentlich auch Maximilian? Heißt du Maximilian auch? Gott, das verfolgt mich. Max, Boberg, alle heißen Maximilian. Unglaublich. Ach, das schleifen meinst du? Maxi? Ne. Ne? So, live Abstimmung. Das erste Mal im Kompressor. Ich schnall mich natürlich auch an. Okay. Das Knallen hat er so nicht verloren. So. Safety first, ne? Ja, Lautstärke ist doch angenehm, oder? Habe ich was Gutes gebaut, oder? Das ist was richtig Schönes gebaut. Gut. Habt ihr eine Soko hier eigentlich? Nein. Sehr schön. Also, ich weiß es nicht. Okay. Alter. Für euch ist das ja normal, ne? Mit dem haben wir ja schon ein paar Fahrten mehr gemacht. Ja. An die Lautstärke hat man sich mittlerweile gewöhnt. Also, ich glaube, wir haben locker einen Huni vorbeileitet. Einen Huni? Ja, kriegt ihr wieder. Rechnung kommt ja, ne? Ja. Abgesperrte Teststrecke. Schön. Ja, da geht er wieder rein, ne? Achso, jetzt hat er wieder diesen Modus, ne? Probier mal langsamer, dass wir keinen Schlupf haben. Mach das ESP jetzt aus. Komm. Ich weiß nicht mal, wie es geht. Nee, musst du lange auf den ESP-Knopf da drücken. Ah, da ist ESP. Ganz lange. Ja, das ist ja. Musst du draufdrücken und dann ist es auch ganz aus. Weil der regelt ja richtig krank, wenn er ins ESP reingeht. Okay, also Ziel ist jetzt da zu loggen. Für den Chat hier, ne? Stand läuft da ruhig, ne? Schön. Jetzt macht er das auch schon früher. Als jedem Gasgeber wird das Ding immer noch bei 100. Ja, das muss man ganz dringend ausmachen. Mal kurz zur Zusammenfassung. Bei 6000 ungefähr bricht er einmal ab. Also Motorsteuergerät, keine Ahnung. Aber ich hab da auch keine Ahnung. Wir gucken mal weiter. Aber geht schon böse, ne? Bis 6000. Wieso geht auch ausgerechnet ESP aus? Geht auch aus? Ja, nur ESP geht aus. Okay. Also ESP-Lampe leuchtet. Und was ist, wenn du ganz theoretisch, ich weiß, es ist auch gefährlich, aber wenn du Rollenprüfstandsmodus bzw. ESP aus, die 6000 überschreitest? Der lief hier ganz normal bis 7000. Der hätte ganz normal seine 772 gemacht. Achso. Vorher auf der Straße. In S. So, wieder zurück. Und wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Lüfter. Deswegen klauen wir uns einfach von der schönen C-Klasse jetzt einen Lüfter. Denn der Motor wird ein bisschen zu heiß. Die Theorie von Dennis ist, dass es irgendwie daran liegt. Bin gespannt. Er flasht gleich noch einen anderen Softwarestand drauf. Und dann gucken wir mal, ob das läuft. So. Und dasselbe nochmal. Ja, Kühlertausch hat nicht so geklappt, ne? Also Lüftertausch. War dann doch ein bisschen komplizierter bei so einem 200H-CDI rauszuholen. Ja, wir gucken hier immer auf die Ansauglufttemperatur und die ist ja ausschlaggebend. Oh, da fährt ein LKW auf der Abgesperrten. Oh Mann, du. Achso, und der Softwarestand von gestern ist jetzt drauf, ne? Oder von vorher, ne? Das ist irgendwas mit ein riesiges ESP, Alter. Weinst du? Ja. Da war sowas von. Dass da da irgendwie irgendwas mit einem ESP und Motorsteig... Das ist auf jeden Fall nicht mehr vom Softwarestand abhängig. Ne. Mach mal ESP auf komplett aus. Jetzt kommt's mal nochmal, ne? Nee, der war noch nicht. Wenn ich früher schalte, muss jetzt nicht. Schafft er das denn überhaupt über 6 zu drehen? Der ging bis 7.2 durch. Ja, ja, klar, aber jetzt, also, wenn du jetzt dich langsam rantastet und dann langsam... Wenn du nicht Vollgas gibst. Genau, wenn du nicht Vollgas gibst. Ich fahr ja nicht Vollgas. Ja, das geht, ne? Also, gefühlt hört... Also, für mich fühlt es sich so an, rein aus mechanischer Sicht. Ich weiß, kann nicht sein, weil es aufgehoben ist. Das ist halt das Ding, das kommt dann alles an. Also, Drehmomentbegrenzung ist aufgehoben auf 600... Nee, auf 900 Nm, ne? Und der wird ja nicht über 900 jetzt kommen, oder? Nee, ne? Wobei immerhin habt ihr das Ding jetzt mal gehört, ne? Auch schön, oder? So, Leute! Ich hab jetzt nochmal Off-Cam, weil wir echt alle ein bisschen genervt waren, dass er mal in den Notlauf gegangen ist. Hab ich, äh... Dann haben wir auf schnelle Welle nochmal den MAP-Sensor, also der, den den Saugrohrdruck misst. Den Sensor gewechselt und den Temperatursensor, der... Ich dachte mal, dass er vorm Kompressor sitzt, aber logischerweise sitzt er nach dem Kompressor. Also, er misst wirklich die Temperatur, die in den Motor nach dem Verdichten in den Motor reingeht. Und, ja, jetzt testen wir das Ganze doch mal. Ne? Wir sind zu heiß. Und was sagt der Motor? Wie warm ist der? 97. Dennis will ja auch nicht mehr scherzen. Gott, ey. Ist auch schon ein bisschen später geworden. Ihr seht, es ist dunkel. Ja. Sollte auf jeden Fall einmal einen neuen Lüfter bestellen und einmal einen Temperatursensor. Und weil die Temperaturanzeige die ganze Zeit so hoch und runter switcht. Alter. Oha. Oh, Digger. Okay. Alles klar. Ja, Leute. Ich war gerade im Schnitt und hab gemerkt, du, Algo, du hast ja gar keinen Abschluss gedreht. Mann, Mann, Mann. Es sind jetzt noch ein paar Tage verstrichen zu dem eigentlichen Videodreh, was ihr eben gesehen habt. Das Auto haben wir jetzt nicht weiter noch testen können. Aber ich habe nochmal mit Pierre geschnackt. Also unterm Strich muss ich OptiCars und auch alle, die da involviert sind, also das ist ja ein Stützpunkt von PP Performance, also übrigens von Jimmy Pelka. Der hat derweil in 2014 oder so, ich glaube insgesamt 50, 60 Stück von denen auch in Dubai oder wo seine Zweitstelle ist, umgebaut. Und der hat wirklich Erfahrung und an der Software liegt es wirklich nicht. Also bitte die Fähigkeiten von OptiCars oder so in der Kommentarfraktion nicht in Frage stellen. Es liegt hier irgendwo ein Hardware-Defekt vor, sprich irgendwas Elektronisches scheint da nicht richtig zu funktionieren. Wir sind jetzt auf der Suche. Ich hatte jetzt nochmal mit Pierre geschnackt. Grüße gehen an der Stelle an das Motorenzimmerteam einmal raus. Und der meinte halt direkt, also wenn es jetzt der Fehler ist, ey, dann Pierre ist einfach echt der Gott dann. Und zwar hat er gesagt, dass, da ich ja Fächerkrümmer verbaut habe, die Hitzeabstrahlung in Richtung Lichtmaschine viel höher ist. Bei den Serienkrümmern hat man ja einen doppelwandigen Krümmer, sprich viel weniger Hitzeeintrag in die umliegende Peripherie. Und das ändert sich natürlich, wenn man ein Fächerkrümmer verbaut, was ich gemacht habe. Er hat auch gesagt, umwickelt den, ummantelt den mit Hitzeschutz. Was hat der Algo wieder nicht gemacht? Die Krümmer umwickelt. So, und das Problem hat sich ja auch verschlimmert. Also, es wurden immer mehr Fehlerbilder erzeugt. Erst war es in manuell, dann in S und dann irgendwann auch im Komfort. Es ist drehzahlabhängig. Das hat Pierre darauf schließen lassen, dass die Hitzeeinwirkung auf die Lichtmaschine eventuell zu hoch ist, dass da vielleicht irgendeine Wicklung durchgebrannt ist oder der Regler versagt hat. Dann die Spannung hoch geht und die Steuergeräte, ich denke, es ist in dem Fall das Getriebesteuergerät, das Getriebesteuergerät, Überspannungsschutz erkennt und dann ausschaltet. Oder das ESP. Ich weiß es nicht. Das werden wir sehen. Wir werden im nächsten Zuge einmal die Spannung messen an verschiedensten Punkten, mit Star-Diagnose, mit einem Multimeter und sind dann hoffentlich schlauer. Wenn von euch aber immer noch jemand einen Tipp hat oder irgendwas in die Richtung hatte, das heißt, ein Motor, der in den Notlauf geht, also M156 jetzt natürlich, bei einer gewissen Umdrehungszahl und das immer und immer wieder, dann schreibt es gerne rein. Also, mehr als Fragen kann ich an dieser Stelle nicht. Ich bin selber ratlos. Ich weiß noch nicht, ob ich das Auto dann zeige, wenn es wirklich fertig ist oder ob ich die Problemfindungsphase euch noch irgendwie zeigen soll und jetzt mich dann auch nächste Woche endgültig wieder dem süßen Kandidaten hier widmen, dem RS7. Da werde ich hoffentlich Ende nächster Woche einen Motor haben hier auf Palette. So ganz kann ich es noch nicht glauben, aber ich bin dabei, ich bin dran. Ich bin viel am Suchen, am Machen, am Tun und dann geht es hoffentlich auch damit demnächst weiter. Genug rumgefaselt. Vielen Dank an alle, die in diesem Video mitgewirkt haben. Dennis von OptiCast bzw. das ganze OptiCast-Team. Alle, die telefonisch terrorisiert wurden von uns bei der Fehlersuche. Okay, gut. Genug vom iCopy. Tschüssi. Euch noch einen schönen Restsonntag und einen schönen energetischen Start in die nächste Woche. Tschüss.